Seit kurzem spiele ich auf einem neuen Streamer-Minecraft-Server. Dort spielen teilweise Leute das allererste Mal Minecraft in ihrem Leben. Dann machst du diese vier Dinger jeweils einzeln wieder da rein in dieses Crafting-Ding. Überall ein Feld. Und ich habe ein bisschen die Aufgabe bekommen, ihnen das Spiel zu zeigen und zu erklären. Und letztens wollten sie eine Challenge in Minecraft machen. Welches Zweierteam schafft es in einer Stunde die meisten Diamanten zu farmen? Und ich kann euch schon vorher sagen, das was in dieser einen Stunde passiert ist, das habe ich in all den Jahren, die ich Minecraft gespielt habe, noch nie erlebt. Damit ihr herausfindet, was genau passiert ist. Und wer am Ende die meisten Diamanten gefarmt hat, bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Lasst einen Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und großes Dankeschön für die 1,3 Millionen Abonnenten. Wer weiß, was wir in 2023 noch so alles schaffen können. Viel Spaß mit dem Video. Was eventuell noch erwähnt werden sollte, dieses Diabettel, das gab es schon vorher einmal. Nur da haben wir leider verloren, weil Eli gestorben ist. Was, die haben Angst. Ich merke das. Ich kenne, wenn es nicht eine Angst hat. So recht, Bro, aber das ist halt auch glückabhängig. Das kann auch richtig scheiße jetzt laufen. Du, ich mache das, was du mir sagst. Ich grabe und grabe und grabe. Wir fliegen, Eli, du fliegst jetzt einfach in eine Richtung, wo die nicht hinfliegen und suchst dir eine Höhle und versuchst einfach, die so schnell wie möglich zu finden. Okay, es geht los. Ich alleine? Ja, wir müssen alleine. For real, jeder muss für sich. Du suchst dir jetzt eine Höhle und gehst jetzt cave. Wenn wir zu zweit in eine Höhle gehen, da holen wir zu wenig raus. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich sterbe. Oh nein, eine Hexe, die vergiftet dich. Bau dich am besten ein. Du hast nur Gift. Gift tötet dich nicht. Einfach nur eine Wand einbauen, das ist nicht normal, also nicht, dass du nochmal abgeworfen werden kannst. Er stirbt, er stirbt. Er hat Stress, er stirbt. Er kann sich nicht einbauen. Hey, Legala ist tot. Nee, fahr mal, du... Junge, meine Spitzhacken sind gleich kaputt, so viel wie Scham. Mann, Digga, ich treffe auf so einem Arzt-Ding. Ein Arzt. Ey, ich will nachher wieder eine Dia-Wette machen. Entweder nur Noobs, oder wenn die Guten dabei sind, dann sind die in einem Team mit den anderen. Ich und Monty gegen dich und Basti. Okay, komm. Und wie viele Subs, Basti? Heute ist Zahntag. Heute knallt's, heute holen wir uns das zurück, Eli. Okay. Was macht ihr, was macht ihr? 25 Subs. Okay, und Isa und Vidi auch. Die können auch... Wir gucken uns an schaffen. Ihr müsst auch. Ich übernehme, Isa. Was mit Danny? Ich habe keinen Partner. Ruf Midi an, der soll an sein PC gehen. Danny, ich habe keinen Partner. Hey, Roak, ich bin im Wingate, ich darf mir. Mann, aber Danny ist, Chad, Danny ist hier nach Isa und so, glaube ich, mit der Beste. Du hast schon mal Minecraft gespielt, oder? Aber ich bin eine absolute Clowns-Nase. Ich sitz auf dem Einrad. Ja, ich fix das gleich in der Camp, Digga. Du sitz auf dem Einrad? Ja, aber... Ich sitz auf dem Einrad. Eli wird so strip-Mine. Ich werde Eli einen Scheiß irgendwo in die Höhle lassen. Mein goldener Zink, der wird auch hier weiterhelfen. Jetzt um Subs bin ich überall gut. Da kommt ein anderer Modus. Wollen wir eine Riesenwette machen, also? Alle zusammen. Wir machen einen großen Topf. Nein, wenn ihr Cracks mitspielt, Digga, ich habe Basti beim Looten zugeguckt. Der hätte fast einen Anfall bekommen. Das mache ich nicht. Nee, wir machen ohne Basti. Basti, ich... What the fuck? Basti, jeder, jeder spielt mein Team. Nein, ich meine großen Topf aus den Teams. Also, wir spielen trotzdem im Team. Ja, okay, dann bin ich mit Isa. Nein, 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 nein. Du, Mensch. Warte mal, warte mal. Entweder bist... Wie, du bist da mit Isa? Hab ich eine Position verloren? Okay, dann bin ich mit Danny. Okay, dann ist Isa mit Willi. Danny mit Rohat. Basti mit Cialo. Also, was machen wir? In einer gewissen Zeit, wer mit Dias hat oder wie läuft das ab? Ja, das wäre uns halt, weiß ich nicht, eine Stunde oder so und dann am Ende, welches Team nach einer Stunde insgesamt die meisten Dias gefunden hat. Eine Stunde? Okay. Gehen wir eine Richtung und so, diese Filme? Du kannst halt Dias besorgen, wie du willst. Okay. Ähm, Basti? Ja. Du bist ja dann eh, wenn du was machst, damit nach der Challenge, angenommen, du gewinnst, dann kriegst du ja so eine kleine lockere Zapbombe von deinem Bruderherz Willi. Brauchst du eigentlich dann die Dias? Was meinst du jetzt? Du willst du Dias von mir haben oder was willst du? Ja, nee, wenn, angenommen, die Challenge ist vorbei, Basti hat gewonnen, weil du eh nie mitgezogen hast, dann hast du ja ganz viele Dias. Naja. Ach so, jetzt verstehe ich, was du... Äh, sollen wir so eine Zeit machen, so eine Zeit ausmachen, wie lange wir alle fliegen oder so? Nein, also jeder... Du kannst fliegen, wie du willst, würde ich sagen. Und ähm... Bis drei, bis drei, bis drei, bis drei Uhr Dias suchen. Okay. Bis 23 Uhr. Ja. Los. Okay, dann geht's los, ja? Ja, ist spannender, ist spannender, ist spannender. Geht's los? Geht's schon los? Okay, Basti! Abfahrt! Es geht los, Danny los! Ja, Bastias. Stripe, man, ja einfach. Ich fliege schon, Rohr, recht stolz. Ja, ich bin nach vorn. Ich fliege erstmal. Ich bin nach vorn. Ich fliege, ich sag, ich fliege, ja! Ja, ich seh dich! Stripe meinen, Chat. Ich mach Stripe meinen. Ich geh auch stript meinen, glaub ich, Danny. Lecker, okay, bei mir ist alles dunkel. Was heißt das, Rohr, was heißt das, Rohr? Mann, warum fliegen, wenn ich dann ehrlich... Ah, minus 8 Minuten, bis ich bin die ganze Zeit gerade ausgerudelt. Hier war schon jemand, wenn ich drehe, fliege weiter. Rohr, noch sie ist los. Mach das Ding, Rohr. Benni, bitte. Geh einfach aufs Irrung hoch, bisschen weiter weg. Chat, ihr sagt, wenn ich runtergehen soll. Ich gebe mir hier Mühe, Willi. Ich gebe mir hier richtig Mühe. Ich finde keine Dings da. Okay, erster Dia haben wir. Oh mein Gott, Isa, ich glaube, ich bin tot. Wie? Willi. Los. I swear on my life, Isa, ich bin tot. Lass los, lass los. Warum tot? Was ist los, Danny? Lass, äh... Ja, ist gut. Und jetzt sind wir bald weg. Digger, das war so knapp, Leute. Digger, was für Söhne! Ja, also da ist... Macher, Bro, Macher. Ich bin ans Ende geflogen, bei mir backt irgendwas rum. Digger, Dreck, Alter. Digger, Isa, das hat ja ganz krank geknallt bei mir hier, ne? Isa, also... Äh, weißt du, was geht bei dir? Ich bin wieder in der Age of City hier, Digga. Niemals. Nein, das kann doch nicht sein, dass du aus drei Dias drei Dias kriegst. Das ist halt super selten, aber halt... Ja, aber ich kann mich hier nicht runterbauen. Ich bin mal hier, hier ist alles. Ich finde keine Höhle. Also das ist unglaublich, was mir gerade passiert ist. Was passiert? Lebst du noch? Alles gut, ich habe einen Diablock gefunden. Nein. Diablock? Ich habe eine Wutland-Mension gefunden mit einem Diablock oben. Basti, bei mir gibt es keine Höhlen, bei mir gibt es nur... Das ist alles mit Wasser. Ja, einfach ein bisschen weiterfliegen. Oder wenn du dich halt einfach im Boden runtergräbst, irgendwann würdest du da weitergehen. Leute, das ist unfassbar. Ihr wisst nicht, wie krass das ist, dass ich da hinbleibe. Du kannst doch schon runter wieder. Eli, hast du schon eine? Nein. Nee. Ich habe noch nicht mal einen Spot gefunden. Das Team hat aber schon zehn. Ja, aber ich bin jetzt gleich beim Slipp, Alter. Welche Tiefe muss ich nochmal, Basti? G- G-54 oder G-58. Ich habe aus vier Stück, wir bekommen! Minus 54? Ja, mach das. Oder nimm mit minus 58. Ist eigentlich egal. Eine Zahl zwischen minus 54 und 58. Nee, ey, warte, ich back, ich habe aus fünf Stück fünf bekommen. Das ist ja unnormal am Lecken hier. Ach, seh, irgendwie bei mir kracht's. Ich finde nichts. Stück für Stück. So, wie jetzt labert, Chef? Hinter dir? Wunder, ey, minus 54 ist die Höhe. Irgendwie bei mir kracht's gerade noch. Ich habe jetzt schon 16, Bro. Was? Achtung. Gendry ist hier zwei! Ich kann das nicht im Chat. Ich krieg Kotzreiz. Basti, ich finde seit fünf Minuten nichts auf 54. In der Ruhe liegt die Kraft. Alles gut, ich habe 40. Ich bleib bei 54. Wie viel hast du, Robert? Du hast 40? Hey, aber woher? Die ist ja fair als Partner, Eli. Ich bleib bei 54. Du bist ja fair, Basti. Hey, äh, woher hast du 40, Basti? Alle haben ja Papais. Ich bist in Kevin. Ich habe auch einen OP-Gap gefunden schon. Äh, bist du in der, äh, drüttelnden Männchen? Oh, da kracht's bei den anderen Teilnehmern. Nee, nee, ich, ähm, ich flieg ein bisschen durch die Wellen. Lisa, nicht hier irgendwie reden. Wir müssen was finden. Ja, chill, ich habe schon 34. Wie viel hast du? Ich fang ja jetzt gerade an auf Vlog. Bleib mal echt entspannt. Das Schwierige ist, Leute, im Vergleich zu Stripmine, kann das halt... Ich habe welche. Scheiße laufen. Ich habe neun. Ja, so schnell geht's. Stück für Stück. Digga, also das ist so frustrierend. Ich habe aus fünf Diamanten am Anfang fünf bekommen. Das war ein Bug, sag ich bis jetzt. Nein, das passiert ab und zu. Ich habe 14. Basti, bleib ruhig. Auf geht's. Pack mich in den Rucksack. Ich bin auf alles, ich kann nicht. Ich drehe es komplett. Vinny, du gibst nicht auf. Oh, ich schwirr. Bleib mal. Bist du eigentlich der Stripper? Jetzt läuft's, Chat. Die 54 ist gut zu mir. Oh, hab jeder die. Auf geht's. Kling, klong. Aber ich dachte, das Rohr ein bisschen mehr Skill hat. Dass der auch Stripped meint wie Noob, hätte ich nicht gedacht. Einer denkt, der kann mich triggern. Also ist der schon genug und ist schon Noobhaftig. Also ich weiß nicht, was du für eine Wahrnehmung hast, aber beim letzten Mal hast du mir 25 Subs gegeben, Edi, und alle deine Sachen verloren. Das ist korrekt. Gleich wirst du es machen. Wie viele hast du, Basti? Was? Ich dachte, ihr sechst. Ja. Wie viele hast du? 62. Dom. Jetzt auch. Ja, fair mit, Basti. Oh, Dom. Ich habe mich jetzt beschwert, hä? Als ich letztens gestripped meint habe, ich habe gar nichts gefunden. Alles richtig. Finden die alle so krasse 8 Waynes? Also du musst ja zwei 8 Waynes finden und dann hast du ja auch schon 4. Halt aus, Digga. Eben, geradeaus, geradeaus. Ich bin so am schwitzen. Bugatti ziehen. Ich try harder auf mein Leben, weil ich... Ey, und du hast keinen Bugatti, oder was? Ich habe den 50 Dias, mein Nieder. Ich habe den Bursch. Der Bursch, Isa. Digga, ich finde aber... Digga, ich finde legit nichts. Das ist geil, Alter. Ich kriege das Wasser nicht, Mann! Das ist weg, das ist weg, das ist weg. Hörst du das, Basti? Das ist die Verzweiflung. Ja, wir müssen das cool runterspielen. 4 aus, ich habe welche, Rot. Richtig. Oh, 4 aus Deck, 4 aus Deck, Bro. Gendry Skier, 5 aus Deck. 27 habe ich. Elibi hast du. Digga, wie kannst du denn 27? Du hast doch gerade... Das ist Gendry Skier. Digga, aber Basti allein hat über 1 Deck, Digga. Basti allein. Wie viel hat der? Er holt auch. 1,5. Weiter machen, Basti. Weiter machen, Basti. Willi versucht, in Lava zu schwimmen. Nein! Oh mein Gott! Bei wem ist Willi im Team? Mit Isar. Und Isar muss jetzt keine Sachen holen. Scheiße! Das ist alles weg, Mann, ey. Ich glaube, da kann ich nichts holen, das ist weg. So, wir liefen die Höhle, wir gehen weiter. Wir gehen die nächste. Die hat richtig gesaftet, Leute. Wir hatten richtig gut Glück. Das war echt eine super Höhle. Dias, Dias, Rot. Dias, Rot. Digga, Stack, Rot. Digga, Stack. Sag ich, sag ich! Ich habe auch Dias, ich habe auch Dias. Ich habe 41. 40, Rot. 45, Rot. 45. Ich habe 48. Mach dir keine Sorgen, Basti. Alles gut. Ich habe 115. Das letzte Mal. Basti, bist du auch stehen? Oh nein, Rot. Ich cheate nicht. Keine Sorgen. Ey, das ist ja Geistesklarm. Was soll das denn, Mann? Ich trau Basti nicht. Sag ich, der ist ja wert. Wot ist noch live. Wot ist da, Wot ist da. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Dias, ich auch. Guter Mann, Basti. Bist du live? Ich habe X-Ray, so wie Phoebe. Ich stream gerade aus mir. Oh, 4er-Stack wieder Rot. Rot, mach mehr, du Schwanz. Ich bin off, Issa. Ich zahl deine Subs mit dann, ja. Alles gut. Oh nein. Ey, ich habe 48. Du bist kein Mehrwert, Eli. Was bist du? Wie viel hast du? 58. Du stinkst, Eli. Ich habe kein Glück. Digga, wie viel Glück hast du denn gerade gehabt, du Stinker? Nee, das ist Gendry Skier, der mich leitet, der mich führt. Oh, die hast du. Ah, er ist ja auch, er ist ja auch im Pro-Chiss. Oh, Dicke, Dicke, Dias, Dicke, Dias, Basti, bleib ruhig. Auf geht's, direkt nach der Achtung, komm. Ähm, 59, weil du stinkst, Danny. Weil du stinkst. Verstehst du das? Eli, lass uns beide erhöhen auf 25, wir beide, Eli. Nur wir beide erhöhen. Nur wir beide auf 25 erhöhen. Okay, auf Zeit. Okay, dann wird einer mit einem freier Elf sein. Einer mit einem freier Elf sein. Okay, gut. Oder 50 Subs, ja, dann dreht's mich auch komplett. Dann lass ich sofort los. Dann geh ich wieder in eine Woche Lacherpause. Top, Dicke, wie viel hast du? Wie viel hast du? 58 hast du, ne? Wie hast du? 59. Oh mein Gott, wenn ich wieder einen verliere, dann kann ich nicht mehr. Bitte nicht, Eli, das kannst du nicht tun. Dann gibt's eine Lacherpause. Eine Woche lang Lacherpause. So, soll ich mal eine Zahl zwischendurch mal reinwerfen? Werf mal rein? Warte, ich sag's dir dir, wir sind bei 144. Aber wie lootest du denn? Genauso wie beim letzten Mal. Basti ist nüch, nüch. Ey, Roat könnte auch umfliegen. Er ist nur ein Noob und macht deswegen so wie wir. Ja, ich bin seit sieben Jahren jeden Tag Minecraft, bro. Und leicht angebrochen. Ein leichter Knack. Also, letztes Mal muss man aber auch sagen, was Stripmein hat insane bei euch, ne? Vielleicht trotzdem mehr, Dicke. Du hast einfach noch... Du hast Eli als Stinker-Mate, der sogar noch gestorben ist. Ich spiel aber auch ohne Fortune, ne? Was? Klar war nicht. Das war's, du. Achso, Bruder. Ey, ich hab voll lange keinen mehr gefunden. Ich hab immer noch einen anderen, aber mein... Ähm, irgendwas mit 80. Warte, Dicke, wieso film dich grad nicht? Könnte Eli so brechen gerade? Du hast genug Geld, Eli. Frag ich. So gerne dich brechen sehen. Nicht fürs Geld, sondern einfach für den Bruch. Ihr müsst verstehen, ich bin grad am Tryharden, wie gesagt. Ich geb alles, Leute. Ich geb alles. Nachdem wir das letzte Mal verloren haben, bisschen hoff ich, dass Kram hat. Ne? So, ich komm. Aber gerade sind die Höhlen ganz gut dabei. Also, meine Taktik ist immer... Ihr seht, was ich ja mache. Ich suche immer wieder große Höhlen und cave die halt komplett durch. Aber, ähm... dafür hab ich halt nur kleine Vorkommen meistens. Aber bis ich die Höhlen halt immer wieder finde... Vielleicht komm mir so ein Stück an. Verschwende ich halt sehr viel Zeit. Und ihr seht halt, wie die Welt gerade lädt. Es laggt halt ein bisschen. Aber wir mahnen uns daraus nichts. Egal, ob es laggt oder so. No excuses. Ich will meinen, ich will meinen, das hab's von Robert. Nee, ich meine Basti. Du machst doch eine Wette mit Danny. Dann kann er dir direkt 50 geben oder 0. Ja, gibst du auch viel langes Mählich. Ich muss nichts drin mitnehmen. Erstmal müssen wir anfangen. Eine halbe Stunde ist ja noch. Ja, Basti. Eine halbe Stunde ist noch, aber... Basti ist ruhig, das Ding ist ruhig mit Basti. Wie viel hat Basti? Jetzt chillt, oha. Also, ich muss jetzt auch erstmal wieder weiterfinden. Basti, tritt rauf. Sie versuchen, uns spielst du umzudrehen. Du musst drauftreten. Basti, schon viele, deswegen. Ja, ich hab ja alles gefunden, außer dir, Digga. Ich vertraue also, Strip-Mein kann mich... Strip-Mein war letztes Mal auch. Ich hab Strip-Mein auch unterschätzt. Strip-Mein hat richtig reingeknallt bei euch. Mein Digga, ich bin auch, Basti. Ich finde nichts mehr. Alles gut. Immer ruhig bleiben. Die Zeiten werden sich ändern. Basti, wie viel hast du? Warte, ich baue gerade. Boah, bitte lass los. Bitte akzeptiere es. Äh, 2 Stacks und 50. Digga, Eli, du bist ein Stück... Ich hab mehr als dein... Ich hab mehr als dein Team-Mate. Was willst du von mir? Nee, nee, ich sag nur so, dass du ein... Ah. Dass der allein... Was, Digga, der spielt seit Minecraft jeden Tag. Digga, der spielt seit sieben Jahren jeden Tag Minecraft. Und ich halte 25, da bin ich... Ah. Man, es tut mir auch ein bisschen leid. Ich lag halt auch echt rein gerade ein bisschen. Nein, Basti, lass ihn leiden. Lass ihn leiden, Basti. Du musst ihn leiden lassen. Oh, ich hab Dias-Camp wieder an. Ähm. Ich hab ne neue Ancient City gefunden. Ich kann mir vorstellen, ey, 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 ey. Ich will kurz den Warden und mach dann weiter. Könnte sein, aber ich loot sie nicht. Ich loot sie nicht. Weil... Damit wir da später noch flüchtigen gehen können. Aber die Dias nimm ich mit. Aber ich bin... Ey, das ist komplett verrückt gerade hier, was passiert. Ich sage nichts mehr. Denny, die schinken beide, sage ich sogar. Du mockst Ruhe. Du hast mehr Erfahrung als ich. Nee, aber guck mal, du kannst... Also, der spielt seit sieben Jahren jeden Tag. Du kannst das nicht als Maßstab nehmen. Digga, der fliegt durch die Gegend wie... Keine Ahnung was. Dias hat mehr auch. Hat auch mehr als du. Dias ist am Strip-Mine, Digga. Wo ist... Bin ich nicht. Ich bin in Höhlen. Ja, ich find doch auch Höhlen. Aber ich find auch nichts in den Höhlen. Ich mach beides halt. Ich hab vorhin kurz... Ja, ich auch. Ich strip-Mine. Und wenn ich die Cave finde, geh ich in die Cave rein. Aber in dieser Noten Cave find ich nichts, Digga. Was mich extrem abfuckt. Und ich hab Dias. Ey, ich hab so lange nichts mehr gefunden. Ich geh hier nicht raus, bevor ich was finde. Selbst wenn es um 5 Uhr morgens ist. Mord... Oh, Dias. Die 55 ist so gut zu mir. Vierersteck, Danny. Du musst loslassen. Wie viel hast du, wie viel hast du, Eddie? 69. So. Du hast ja 250. Oh, ist das wichtig. Dias, wie verhasst du. 250, Digga, der Fah. Digga, mach den scheiß X-Ray aus, Mann. Digga, wie kann man 250 haben? 24 Minuten noch, Digga. Ey, ich glaub, Basti hat am Ende mehr als wir alle zusammen. Das wäre fair auf jeden Fall. Also, Deck Nummer 5 ist angebrochen. Sehr gut, Basti. Deck Nummer 5, Digga. Dass er sich nicht schämt, Digga. Hör zu, Basti. Hörst du deren Verzweiflung? Hörst du deren Verzeiflung langsam? Hey, mir geht's ein bisschen um die Revanche. Mir ging's um die Revanche. Dias, Danny, für den anderen. Oh, 74, Danny. 74. Hörst du es, Danny? Das ist in der Zeit. Ich bin 35.000 Blöcke weg vom Spawnen. Aber ich find nicht mal auch einen guten Job. Ich bin 75. Eli, du bist sehr stark. Du bist besser als das letzte Mal. Hätt ich aber auch nur zwei finden müssen. Danny, 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 Danny. Dias, Dias, Dias. Vierer Stack, Daniel. Fünfer Stack, Achter Stack. Daniel, du musst loslassen. Du musst loslassen, Danny. Und ich finde, als Nachteil finde ich Lapis. Ich hab jetzt... Wie hab ich? Vierer Stack, Gott. 89 hab ich. Ach ja, wie viel hast du? Das könnten gleich richtig leckere 75 Subs werden, Chat, für mich. Noch ne Minuten? 75 werden wir gleich reinfliegen. Ey, noch 19, 18. Basti, tritt bitte kurz drauf. Tritt bitte kurz drauf. Wie viel hast du? 257. 257, Danny. Und Rojo. Rojo. 257. Mein Gott. Eli, wie hast du noch mal? Gibst du euch. Sag ehrlich. 89. Dias, Diasa? Ich musste kurz abhauen, weil... Du hast 89. Ich hab zwei Stacks und noch ein bisschen was. Ich hab aus Versehen geparmt und nicht gerafft, dass mein Inventar schon voll war. Alter, hast du quasi welche liegen lassen? Ja. Was mach weiter? Was mach weiter? Was soll ich hier noch weitermachen? Lass los, Digga. Ja, natürlich lass ich los. Ich hab auch nichts mehr, Digga. Das ist krank. Ja. Basti, hast du das? Ich höre es. Ich höre es. Aber ich hab auch lange... Ich hab jetzt auch schon länger nichts mehr gefunden. Ich will mal wissen, wie der Mann das war. Basti jetzt 300? Oh nein. Ich will mal wissen. Ich guck jetzt Basti zu. Ich will wissen, wie der Mann das war. Digga, das... Ich kann sein, dass ich einfach hier mich aussterben lasse. Nein. Mann, Isa. Ich bin Level 8 wieder, hab nix auf den Taschen. Ich bin Dreck. Gehst du nur in Fettehut? Ja, ja. Ich suche immer nur den ganz großen. 95 habe ich. Wie warst du? 111. 8 Minuten noch. Ich glaube an Zaubererei. Andri Skier. Ich glaube an Zaubererei. Ich glaub dran. Ich glaub dran. Ganz toll. Ich hab wieder welche gefunden. Aber ich hab grad ehrlich. Oh, die hast du. Oh, wisch dich. Wie warst du das Wort? Äh, Eli, sag es. 120. 120 hast du? Rechne jetzt einmal nach, Eli, du Sticker. 120. 120. Glaubst du an Zaubererei? Ich glaube an Zaubererei. Ich bin 11. Ich bin 11. 15. Ich bin 15 vor, Chad. Noch 7 Minuten. Er muss das richtig dickes finden. Ich glaube an den Patronus. Ich brauche ihn. Er wird beschworen und baut mit auf. Wie viel hat er, Chad? Fassi, danke. Wie viel habe ich, Chad? Rechte, rechte. Wie warst du, Eli? 120. Er war doch. Andri, danke. Ich habe, Chad. Wie viel habe ich? 125. Nein, ich bin nie. Danke für C, verschickt es ab. Was hat er gefunden? 5 Minuten, 5 Minuten. Du hast doch 5 Minuten. Komm. Fassi? Ich leb mit dir unter der Schrappe, Harry. Warum hast du ihn denn da leistet alles, Eli? Rieger, er hat 20 auf einmal gefunden. Das ist kein Drieskier vom Schmied. Also ich finde es gut aus. Es ist ein Sektorback. Ja, hast du es eingestellt? Ja, ja. Oh, Leute, wir haben jetzt schon lange nicht mehr gefunden. Ich will nochmal ein paar Dias holen. Weiter, weiter, weiter. Da, ja, in die Richtung weiter. In die Richtung weiter. Bro, ich habe noch eine Ancient City. Ich hätte mich nicht locken lassen. Ich hätte mich nicht locken lassen. Alter, was sind deine Koordinaten inzwischen, Basti? 30.000 und 22.000. Ja, fängst du doch mal, Stabels. Über Nether. Ich bin am Anfang auch über Nether getraveilt. Ach, du bist am Anfang übern? Über Nether geflogen? Ich bin am Anfang über Nether geflogen, damit meine Kords halt, also dass ich halt auf jeden Fall ungelootete Hüllen habe. Ach so. Und ich bin halt dabei fast gestorben. Ich war auf zwei Herzen, ne? Ich bin fast, ich war in Lava-Baden. Es ist gleich vorbei, Eli. Du sollst loslassen. Aber es ist okay. Das ist amtrasch, denke ich. Eli, wir gewinnen beide. Wir gewinnen beide, Eli. Wir halten auf die Hand. Normalerweise geben die aber große, also richtig viele Dias, ne? Ich habe ja nur einen Block die ganze Zeit. Oh, ist Dauer. Atomuhr raus. Wie viel hast du, Basti? Basti hat 263. Ich habe jetzt gegen Ende nicht mehr so viel gefunden. Ich habe 120. Also sind wir, wie viel? 383, kann das hinbekommen? Eli, das ist das zu gut. Sei ehrlich. Ja, wir haben es gut gespielt, natürlich. Ey, Mann, ich wünsche dich, ich hätte besser performt. Ich fack das frisch ab. Ja, das war super viel gefunden, dieser WTF. Ja, ist aber auch wirklich ein Glücksding. Halt ehrlich, ich habe jetzt halt zum Beispiel, ich habe jetzt das letzte Drittel, habe ich halt gar gefühlt nichts gefunden. Da waren einfach keine stabilen Höhlen. Und dann zahlt sich die Technik halt überhaupt nicht aus. Aber dafür hat sich halt richtig reingesaftet bei mir am Anfang. Also am Anfang hatte ich echt, da waren richtig leckere Caves. Oh, am Anfang hat es Riesencaves. In den Höhlen hatte ich halt teilweise, ich hatte auch so Sechser-Vorkommen oder so, was halt an der Oberfläche, so an so Höhlenoberflächen eigentlich super selten ist. Aber die waren total richtig eklig versteckt. Ich habe einfach alles verloren, ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Was steht hier? Also ich habe leider keine Lytra mehr. Also ich könnte denen nochmal Rüstung geben und alles, aber ich habe leider keine Lytra mehr. Ich will einen nix nutzen. Oh mein Gott. Aber du hast wieder eine Lytra verloren. Niemals. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was denn? Ich habe zwei Spawner nebeneinander. Das ist also, das ist komplett, das ist komplett gestört. In einem Raum. Was heißt das? Das ist gefühlt das seltenste, was du dir, also das ist unbeschreiblich, wie selten das ist, was ich gefunden habe. Ja, ist das geil oder nicht geil oder? Ich auch. Gib mir mal ein Feedback. Das ist gerade, weiß ich nicht, back to back to back ein Totti gezogen. Hä? Ja, ja. Hm, echt. So krank? Naja, wobei, ich will es nicht übertreiben. Ich habe das noch nie halt gesehen jedenfalls. Also ich habe das noch nie. Was heißt denn diese Spawner? Guck mal, normalerweise ist dieser Spawner nur in diesem Cobblestone-Raum. Aber es sind genau zwei ineinander. Also dass so einer erst mal generiert, ist selten. Aber es sind direkt zwei ineinander. Das ist krank. Es ist jetzt nichts krasses vom, oha, das Item, was ich jetzt hier drüber habe, ist krass. Sondern einfach nur die Zusammenhänge. Ja, die Seltenheit von dieser... Genau, dass das so ist, wie es jetzt hier ist, das ist... Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Mein Minecraft-Hörn arbeitet. Ja. Ja, guck mal, also Willi, so eine Höhne bin ich halt hier mal so durchgeflogen. Und dann findest du halt, hier findest du halt viele Dias. Und dann halt hier schnell rein, zack, zack und weiter. Aber Digga, Nocap, das ist auch so ein G-Code, weil du kannst richtig geil damit umgehen und so weiter, wie ich meine. Ja, die Mechanics halt, so dann... Ja, du hast ihn richtig... Nicht, dass ich nicht gänne, sonst hätte ich nicht gezahlt oder hätte ich nicht die Wette eingegangen. Aber das ist halt schon ein fucking Meter, wie du da rummarschierst. Ja, voll. So kurz was abklopst und wieder weiterjagen kannst.